Yo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlebit. Wir spielen heute ein wunderschönes Spiel, eine Runde. Ich bin schon Level 11, fällt mir gerade auf. Und der Chat, oh warte mal, der Chat ist auch wieder mit dabei. Die sind hier alle und gucken zu. Ich weiß nicht, ob vielleicht der ein oder andere sogar einen kleinen Streamsnipe macht. Wir werden es sehen. Wir gehen heute wieder rein ins Mayhem. Ich habe das letzte Mal offline gezockt. Heute bin ich wieder online on stream. Ich hoffe, euch geht es da draußen gut. Ja, meine lieben YouTube-Zuschauer, lasst doch gerne ein Like da, kommentiert, lehnt euch zurück, holt euch ein Getränk, holt euch ein bisschen Kokain. Boah, wo das jetzt herkam, weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, wir drücken einfach auf Quick Match, 127 Spieler gegen 127 Spieler. Ich habe Bock auf richtig heftig ballern. Wie gesagt, damals, als ich, nee, Battlebit Remastered heißt das Spiel, Jolina. Jolina hat gerade das Game gechanged zu Battlebit Remastered heißt das. Bit wie ein Bit. Bitte ein Bit. Das sieht doch klasse aus. Oh no. So. Wo sind wir denn? Äh, ja, das Spiel, falls ihr es noch nicht kennt, ist ein riesiger, kranker, ähm, ultra-heftig, sickening, Battlefield-like-Shooter. In so richtig komischer, weirder Grafik. Äh, ich habe, glaube ich, die ganze Zeit den Sanitäter gespielt. Wir können noch mal ganz kurz gucken, welche Ausrüstung wir haben. Wir könnten hier, ah, nee, Hauptvisi habe ich sogar schon mitgenommen. Was ist das denn? Alter, ich kann sogar schon schießen. Äh, wir könnten tatsächlich einfach mal gucken, worauf wir Bock haben. Vielleicht leveln wir heute auch einfach mal ein bisschen die Sniper-Klasse. Oder gucken mal irgendwas anderes rein. Aber ich würde einfach mal als, ähm, als Sani wieder rein. Würde ich sagen. Oder? Was haben wir denn hier? Wo wollen wir denn hin? Ich meine, explodieren tut hier einfach gefühlt alles. Pass auf, wir machen mal, wir machen mal Sniper. Ich habe doch ein bisschen Bock auf Sniper. Wir machen das jetzt einfach erstmal. Tarnungen? Gibt es schon welche? Uh. Alter. Alter. Okay. Krass, es gibt ja ultra-viele Tarnungen. Hier kann ich sogar. Achso, das ist einfach nur mit Abschüssen freigeschaltet. Oh mein Gott. Prestige 3? Krass. Junge, kannst du hier viel freischalten. Aber nichts Glänzendes. Okay, ich würde sagen, wir snipen einfach rein. Ich habe Bock. So, wir spawnen bei Rara. Moin. Haben wir hier irgendwas? Oh lol, hier drüben überall. Oh scheiße. Oh fuck. Junge, wir sind hier richtig... Oh fuck, wir sind hier richtig unter Beschuss, Alter. Aber was ist denn das hier für ein statisches Geräusch oben? Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben in dem Spiel, kann man sehr viel... Das kann man sehr viel Team-Chat machen. Wie geht denn das nochmal? Hallo. Hello guys. Thanks. That's the sniper. Thank you. Hello guys. Muss ich gerade nachladen? Nee, ist da irgendwie... Boah, Alter. Die sind da halt oben drauf, ne? Es gibt Bullet Drop auch. Also wer jetzt hier Bullet Drop nicht mit einem berechnet, da triffst du halt keinen Schuss. Das heißt, du musst tatsächlich wie in Battlefield und in den anderen ganzen Games richtig weit oben zielen. Was heißt richtig weit? Ich kann es gerade gar nicht so genau einschätzen, Alter. Oh, war das knapp. Okay, warte mal. Ich... Oh! Okay, jetzt bin ich tot. Okay, Sniper oben auf dem Turm ist vielleicht nicht das Beste. Ich glaube, ich brauche irgendwie unten. Ah! Oh mein Gott. Das ganze Ding ist eingestürzt. Ich glaube, ich brauche unten irgendeinen Spot hier. Vielleicht hier? Nee, 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 nee. Aber er ist ja schon ganz oben, ne? Warte mal, wenn wir hier sind... Wisst ihr was? Ich spawn hier einfach mal. Kann ich hier überhaupt spawnen? Ich nehme hier einfach so ein Ding. Mir ist scheißegal. Ciao. Ach, er fährt. Gut. So. Der Drop ist sogar richtig gering, sagst du? Meinst du wirklich? Ja, okay. Dann habe ich vielleicht gerade viel zu hoch geaimt. In dem Sinne. Ich glaube, wir sind tatsächlich gerade auf eine dicke Mine gefahren. Scheiße. Ja, das war natürlich gut. Oh, komm. Wir spawnen bei ihm hier. Okay. Wir sind ein bisschen hinter den Linien. Lass mal schauen. Kann ich hier irgendwen erwischen? Das Ding ist, Headshots sind auch One-Shot, ne? Oh, da hinten. Ein dickes Auto. Ist hier auf der Straße jemand? Gar keiner? Dabei gehen wir doch gerade auf das gegnerische Ding zu. Moin. Moin, Freund. Ist hier ein Gegner drin? Ist der tot? Jo. Einfach gestorben. Okay, wir gucken mal oben hier drin. Im Gebäude. Jemand am Fenster. Ich weiß halt gar nicht. Oh. Habe ich, habe ich, habe ich. Easy Kill. Auf die Sniper muss ich noch ein bisschen klarkommen, weil man muss selber, man muss selber die Kugeln wieder reinholen quasi. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein riesiges Problem. Scheiße. Vielleicht nehme ich doch keine Sniper. Vielleicht nehme ich doch keine Sniper. Chat, habt ihr das Spiel schon gespielt? Was ist denn so diese krasseste Waffe? Kennt sich jemand aus? Was ist denn so die krasseste Waffe im Game? Das würde mich mal interessieren. Gibt es so ein, gibt es so eine Go-To-Waffe, die krank performt? Weil dann würde ich jetzt, glaube ich, doch den Sanitäter mal nehmen. Einfach hier schön mit Rotpunkt schön reinhalten in die Olga. Alter, man sieht halt gar nicht. Kann ich hier wieder runter? Scar, Vector, M4A1, was habe ich denn gerade? Ja, ich habe ja die M4A1. Ist ja schon gar nicht schlecht, oder? Pass auf, ich nehme die jetzt einfach. Habe ich. Schöner Kill. Ja. Der arme Dude. Wollen wir weiter gucken hier. Kann ich hier aus dem Fenster? Jo. Okay. Wir können hier ein bisschen runterballern, falls es sich was bringt. Okay, hier sind wir relativ sicher, glaube ich. Habe ich. Wir rücken mal ein bisschen vor. Wir sind gerade so ein bisschen sneaky unterwegs. Guck mal, hier haben wir so eine schöne Kuhle. Die kann theoretisch ein bisschen Deckung bringen. Ich lade nochmal nach. Ich glaube, wir sind gerade echt ganz gut hinter den feindlichen Linien, oder? I'm not sure. Zumindest gehen hier rechts oder da hinten, hier gehen Schüsse hin. Okay, wir kommen, wir gehen mal langsam hier lang. Wir lassen uns jetzt hier nicht abfrühstücken von irgendwelchen ekligen Randoms. Alter, hier ist ja niemand. Bin ich auf C? Nee. C ist da hinten. Alter, hier ist ja absolut gar keiner. Vielleicht bin ich auch einfach übel am... Weit ab vom Schuss. Was geht Todeszwerg? Hallöchen. Bin ich jetzt bei D? Oh, Schiss. War hinter mir jemand? Bin ich gerade auf D? Tatsache. Okay, hier ist aber einfach niemand mehr. Hier oben wird geballert. Oh, hier vorne war jemand. Habe ich. Bandagieren. Fuck, Alter. Was? Der war richtig hart gepanzert. Der war übel hart gepanzert. Was geht Genji? Hallo. P90 ist immer richtig... Nicht immer ansonsten eigentlich generell MPs. Aber mal die MP7 geht auch. Steil am Anfang, Digi. Cool, dass du das gesagt hast. Ich werde bandagiert. Er holt mich wieder. Okay, Team hat gewonnen. Dann joinen wir jetzt immerhin in eine richtig gute neue Runde rein. Was können wir jetzt machen? Ich fand die Map klasse. Okay. Wir sind wieder drin. Erstmal rein. So, Chat. Ihr dürft mal kurz rauskommen. Los, redet. Redet mit YouTube. Redet mit YouTube, Chat. Sagt Hallo. Sagt den Leuten... Versucht die Leute mal zu überzeugen, dass die auf Twitch vorbeikommen und ein Follow da lassen. Sagt mal den YouTube-Zuschauern, die sollen rüberkommen, ein Follow da lassen und dabei sein, wenn ich jetzt das nächste Mal was mache. Das ist wichtig. Abonniert, Mina. Hör auf. Ja, oder geht alle auf Taminas Kanal. Macht die 100.000 von. So. Wer keinen Follow da lässt, der ist halt einfach kacke. Super. Super. Ihr macht das klasse, Freunde. Auf euch ist Verlass. Auf euch ist Verlass. Niklas, guten Morgen. Hallo. Es ist ja wirklich noch morgens. Eigentlich, ne? Relativ. Okay. Gehen wir wieder zurück. Konzentration. Ich glaube, ich bleib bei meinem Sunny. Und ich glaube, wir können... Ja, wo können wir hin? Ne, wir können ja erstmal nur hier spawnen, ne? Okay, ich spawn jetzt erstmal. Moin. Alter. Alter. Haben wir hier viele Waffen. Äh, Fahrzeuge vor allem. Junge, junge, junge. Das sind ja ultra viele. Ist hier noch irgendwas? Zwei Helis. 80 Quads hier vorne. Scheiße. Kann ich mich irgendwo noch raufsetzen zu einem? Guck mal hier. Komm. Will jemand mit mir fahren? Geil. Gleich geht hier richtig... Gleich geht's hier richtig los. Alter. Power Ghost Medic. Dankeschön für deinen Tier 1 Sub. Herzlich willkommen. In der Family. Und Mr. Duckeruck. Dankeschön. Und auch danke für deinen Follow. Herzlich willkommen. Guck, die Leute kommen hier rein. Liebe YouTube Zuschauer, ne? Die Leute kommen hier rein in den Chat. Abonnieren rein. Followen vor allem rein. Weißt du? Und haben einfach Bock. Und das verpasst ihr. Wenn ihr nicht vorbeikommt. Oh. Was ist poppin', Dudes? Let's go. Yo. Wir fahren hier richtig schön durch die Pampa. Okay. Okay, let's go, my Dudes. Abfahrt. Oh, scheiße. Alles gut. Es erinnert mich so ein bisschen an eine Battlefield-Map. Wait. Ist das die Battlefield-Map? Ist das die Battlefield-Map? Es wirkt so ein bisschen mit dem Leuchtturm dort. Nee. Ich glaube nicht. Der bestimmt copyrightet auch. Woher bist du von, mein Mann? Ja, du bist auf meinem Quad. Oh, ich auch. Was geht? Ja, ich auch. Junge, hier knattert es schon richtig. Abfahrt. Oh, scheiße. Oh, Junge, ich bin richtig verreckt. Sunny. Help me. Nein. Sunny. 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 Oh, scheiße. Die kriegen richtig auf die Fresse, Alter. Yo, go for the bee. Ja, okay. Ich bin dead. Ich spawn hier vorne bei meinem Mate. Okay, aussteigen. Aussteigen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Alles gut. Alles gut. Wo sind die denn? Die, die auf mich schießen. Komm, Abfahrt. Rein jetzt. Leute, nicht stehen bleiben. Let's go, guys. Let's go. Ey, hier ist mein Mate wieder. Kingcrab. Er ist gestorben. Oh, ich hab einen weggesprayt. Sunny. Ich konnte einen weggesprayen. Ich hab einen weggesprayt mit der Name. Sunny. Über euch. Über euch. Above you. Hey. Ja, nee. Ja. Ready. Ach, das sind die Gegner. Scheiße. Junge, 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 Junge. Ey, was ein Chaos. Aber wieder, ne? Aber das meine ich. Das macht das Spiel so geil irgendwie. Komm, komm, komm. Überleb, überleb. Ich muss bei dir spawnen, Bro. Bro, ich muss bei dir spawnen. Oh, warte. Er kommt. Komm, komm, komm. Können wir hier ins Wasser? Nee. Ich glaub nicht. Aber wir können hier am Ufer versuchen. Hab ich. Und jetzt pushen, 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 pushen. Hab ich. Nachladen. Wir haben einen geilen Spot, Chat. Schön, schön, schön. Da sieht man die Beine. Wir wissen, dahinter ist noch einer. Schön. Schön. Wir sind, glaub ich, drin. Wir sind, glaub ich, drin. Nachladen. Let's go, guys. Ich weiß nicht, ob's läuft. Bin ich ehrlich. Ich geh jetzt einfach mal hier hin. Junge, da waren viel zu viele. Shit. Okay, da waren noch zu viele. Das Game ist halt einfach komplett Eskalation. Also auf jeder Ebene. Auf jeder Ebene. Und es sind halt einfach 120 gegen 120 Spieler, glaub ich. Oder mehr sogar. Ich weiß grad gar nicht genau. 125 gegen 125. Oh! Der hatte grad ne richtig sneaky Mission. Hey. Hey. Hey, my dude. We are fucking sneaky, right? Oh shit. Yeah. We were at it. Sorry. Sniper, dude. Sniper, dude. I'll defend you. Oh, he's hit once. Come on, let's push, guys. Come on, let's go. Let's fucking go. Oh, scheiße, das ist ein Panzer. Wir sind hier Brees. Nur der Panzer dort. Oder gehen wir jetzt einfach mal klug vorbei. Und jetzt sandwichen wir die. richtig hart. Pass mal auf, Chat. Pass mal auf, Chat. Pass dir auf, Chat. Chat, einzeln Chat, wenn ihr aufpasst. Pass mal auf. Pass mal auf, Chat. Chat, pass dir auf? Ich seh halt niemanden mehr hier. Ihr passt noch auf, ja? Ist tot. Naja, es sind halt alle gone jetzt. Ist ja übel langweilig. Abbruch. Abbruch, Freunde. Die sind alle schon tot. Oder sind sie? Ich geh jetzt hier mal rein. Warte mal. Schön. Ich lehne mich kurz mal nach vorne, Chat. auf einen. Der liegt da. Scheiße, scheiße. Granate! Granate! Oh, fuck. Kann man die, kann man die Magazine auf P? Hier sind noch mehr, hier sind noch mehr Oh mein Gott, ja das war, das war zu viel Das war zu viel, alles gut Chat, Chat Wir haben es, alles gut Ey, Dankeschön für eure Subs, Leute Danke für Kangal, für deinen Tier 1 Sub Herzlich willkommen Team Labinot, Dankeschön für deinen Tier 1 Sub Danke, danke, danke Mr. Duckurek habe ich glaube ich schon von eben Mr. Pan, Dankeschön für deinen Tier 1 im dritten Monat Dankeschön, jetzt fucking go Ja, das war jetzt nicht Nee, 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 die belegen jetzt hier einen ganzen Scheiß wieder Fuck Aber wir haben hier oben B eingenommen Alter, das ist jetzt insane Von allen Seiten können wir die jetzt gerade bimmeln Aber die könnten jetzt auch von A kommen Okay, ich spaw mal hier bei A Okay, let's go Ich such mir jetzt einen Bray Yo, 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 yo Bro Yeah, bro Äh, yo, äh, I need a partner Are you down? Okay Da war ein fucking Panzer Nevermind, Alter Ich such mir jetzt einen Partner, Freunde Ich such mir jetzt einen Partner Yo, bro I'm staying here, I'm staying here Bro, bro, bro Yeah You wanna be partners, like a team, tag team Tag team? Yeah, do you want to be partners, like a team? Well, I'm in the squad, but yeah, we are Yeah, okay, okay So, let's try to outflank them and go A Somehow Well, now we need to defend this Look, everybody's dying here I mean, yeah But is it really our problem? See Let's go I'll take the lead Wait Oh, take it, I'm sorry Got him Let's go Der schießt doch die ganze Zeit hier rein, der Er hatte richtig Schmerzen, Alter You look, you look Auf einen Guard one, guard one I'm, I'm defending Die soll mal weiter hier oben die Ecke kommen Let me heal you Okay Hier ist erstmal clear Oh, scheiße, der Panzer ist noch da oben Oh There's a tank in here Help me I got him I got him, I got him Don't die, Leute Guys, be careful, be careful Dude, die sterben, Alter Das ist so geil I got you, I got you Hold it, hold it, hold it Be careful Dude, we're gonna die No, no, we're not gonna die, bro I wanna see my family I died Not today, boys Not today I'm so scared Oh Shut up, man Just leave up and die Where the fuck is he even They're coming in, they're coming in We got him, we got him, we got him One more, one more, one more One more Oh shit I got you I got you I got you When they come in, they're dead Are you still on deck? Oh, they're all dead Sie sind alle tot Ja, okay, ich bin tot In dem Sinn, also ich liebe ja Roleplay, ne? Ist einfach geil So, die sind alle hier Okay, dann gehe ich jetzt hoch Zu A Da steht halt ein Panzer irgendwo mitten drauf, ne? Zwei Kills, easy, easy, let's go Wir müssen nur darauf achten, dass wir hier die Leute, die pushen wollen Alle wegholen Geil, ich habe einen Sniper Guck mal, die sind da unten alle Wir könnten hier mit einem Sniper übel viele Kills holen Kill Da unten ist noch einer Am Baum Scheiße, von hinten Fuck Oh no Pro boy Ah Ist so geil Ist halt so geil, dass man Ich komme doch von hinten gerade, oder nicht? Wir müssen hier verteidigen, what the fuck Ich blute Ich muss mich erst mal heilen hier Jetzt haben wir ein riesiges Problem Ab ein Ich lad nach Die können da gerade in der Masse Okay, von oben Scheiße Dieses Spiel ist so geil Dieses Spiel ist so geil Okay, warte mal Wir sind bei C Das wird doch gerade umkämpft, oder? Yo Hier sind richtig viele aber von uns A haben wir auch reingenommen Jetzt fehlt nur noch D Also wir sind im Prinzip gerade überall im Kämpfen Außer bei B Oh, aber ich habe hier noch ein B Okay, einer tot Könnten von hier oben kommen Müssen wir beachten Okay, ich lade nochmal nach Ich pushe mal ein bisschen näher ran Wobei Okay Was mache ich? Was mache ich? Ich könnte ein Stück runter und den einen in den Rücken schießen Meldig, 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 Meldig Komm, wir gehen mal hier hin Alles gut, alles gut Die komme ich nicht hoch Die komme ich nicht hoch Ich könnte jetzt ein bisschen Ich chill jetzt hier kurz Fuck, irgendwer von E schießt auf mich Was war das denn? Did you stab me? Bro, did you stab me? Hey, what the fuck Er hat mich abgestochen Die blöde Sauer Naja, muss er wissen Aber wir sind noch hier oben Der eine sitzt die ganze Zeit hier und snipe Und keinem fällt es auf Den habe ich auf dem Korb Komm, wir gehen Wir gehen wieder hin Assist Zapfer Er ist jetzt auch gestorben Können wir hier um die Ecke piken Oh, moin Oh, was? Wer hat mich gesnipet? Ich glaube, einer von C hat mich gesnipet Lowkey cute, wie du dich echt wegduckst Hör auf! Ich tue das Ich mache das überhaupt nicht Ich mache das überhaupt nicht Oh, wei Hier ist ein Panzer Das ist nicht gut Moin Was? Digga Ich bin halt im Spiel drin Ich bin halt Gamer Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin halt Gamer Ach so, ne? Und Gamer Oh, scheiße Jetzt sind glaube ich alle tot Steht der Panzer jetzt einfach fester? Ach, das sind Smokes Das sind Smoke-Granaten Ich kacke Habe ich? Oh, scheiße Egal, wo steht man gerade auf dem Scoreboard? Hier unten Alter, der eine hat 53 Kills Die sind doch teilweise schon Level 100 Irgendwas Leute, ich bin halt Gamer Und das wisst ihr ja mittlerweile auch Oh, scheiße Ich glaube, meine Drehs verrecken jetzt Ich glaube, das war's Wobei, wenn er jetzt so bleibt Und nichts macht Ist eigentlich alles gut Er muss einfach nur weiterrennen Geil Hier sind noch mehr gespawnt Da vorne war einer Oh mein Gott, der ist tot Oh mein Gott, ja, ich bin auch tot Scheiße Von wem aber Von Irgendwem F-15 Jahren War das der Panzer dort oben? Okay Ich bleib jetzt einfach mal in Deckung Ich kann natürlich jetzt Ist der Panzer Ne, der Panzer ist hier vorne Hier Oh, scheiße, Alter Der hört sich auch schon scary an Muss ich sagen Oh, da hinten ist so Ein Dude Shit Okay Ich gehe hier einfach mal weiter Wenn mir einen Sniper Ich renne jetzt einfach mal weiter zu A Ich gucke mal, was auf dem Weg Mir jetzt hier begegnet Ich werfe die ganze Zeit Smokes Und denke, ich werfe Granaten Aber ich habe mich schon bewundert Dinge, über die wir nicht reden, Freunde Ja Dinge, über die wir einfach nicht reden Deal Perfekt Gegnerischer Einstiegspunkt Zerstört Easy Okay Jetzt können wir mal hier im Wald gucken Sind hier Leute Alter, ich habe ein bisschen Angst Immerhin Wir sind ja hier kurz vor der US-Basis Irgendwo hier Oh mein Gott Was ist denn da explodiert gerade Holy shit Überall fliegen Trümmer rum Mein Gott Jo, da hinten sind ein paar Brees Ich suche mir hier einen guten Spot, glaube ich Ich suche mir vorne den Baum Was macht er denn da? Rutscht er da gerade runter? Puschen wir da hin Er ist tot Er ist wegen Blutung gestorben Das war Zapfhahn Rache ist süß, mein Bro Rache ist süß, Bro Let's go Give me the fucking crown Mein Brief Okay Irgendwo hier Können halt Gegner spawnen Oh, Auto Das Auto ist ja weggefahren, oder? Moin Okay, das ist jetzt meine Aufgabe, Leute Ah, Scheiße Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass da so viele sind Ja, naja Zapfhahn, die Kleine Kackgeburt So Was sind die hier drin? Oh, die sind Brees Tod Ich hab ihn nicht gesehen Disturb Wo ist er denn gewesen? Irgendwo da oben Na Wo sieht man den aktuellen Punktestand? Ich glaub, wenn ich hier das mache Dann sehen wir oben, dass wir Glaube ich, gerade verlieren Ne, hä? Ich bin mir grad nicht sicher, ob wir verlieren oder gewinnen Aber das ist auch nicht schlimm Ist auch egal Wir haben C und D eingenommen Eigentlich ist es gerade sehr ausgeglichen Hier ist ein Panzer draußen Äh Alter, mein Squad muss leider bei e-spawn Das ist bitter Was ist er denn hier? Ach, er ist auf dem Boot Jo, da spawn ich Der fährt jetzt einmal außenrum Hey, was ist passiert, Bro? Was? Was? Was ist passiert? Ich werde flank für B Ja, 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 ich unterstütze Ich gehe mit dir Ja, okay Kill this motherfucker Ja, whoo, whoo, whoo Ich sehe ihn Ah Ich kann nicht sehen Schaut Reloading Okay Oh mein Gott Der kommt hinterher Auf was schießt der? Nicht mehr auf uns Er hat seine eigene Probleme Assist, let's go Ah, Chopper stürzt ab Ich glaube, die haben den Fahrer gekillt Let's flank Oh scheiße, ich bin so socially awkward Oh, let's flank, Bro, let's Ja, ich stehe auf B für die ganze Runde So Ich will von da Okay, ja Bro, ja, let's Und hier sind wir Let's go Ich unterstütze dich, Bro Good job, Bro Let's go Ich halte mich mal kurz Let's go, Bro We killed them Alter, hier steht einfach ein Hebel Da oben sind noch welche Ich habe da gerade so kleine Pixie gesehen Du machst es immer schlimmer, bitte Okay, ich höre auf Ich höre auf, wenn ihr einen Follow da lasst Let's go Ein Follow ist kostenlos, Freunde Ich sag's nur, ne? Did you see anyone? Oh shit I push, I push Ich nutze den Stein hier oben Er hat mich gewonshottet Ich glaube, mein Mate kommt Zapfern, Assist Zapfern kriegt nur aufs Maul Okay, mein Mate ist tot Ich glaube, ich muss nochmal neu spawnen Okay, wait Ich nehme ihn Die liegt schon wieder hier, Alter Die haben's gut Alles gut, alles gut Alter, ich habe den so weggemacht Ich muss nachladen Okay, hätte ich jetzt nach Ich hätte einfach nicht nachladen sollen Man stirbt auch so schnell, ne? Man stirbt so schnell Das ist so krank Aber meine Sniper-Brees, die liegen halt einfach hier Und keiner entdeckt sie Das ist so wild Easy Da ist noch einer Alter, mein Aim ist zu krank in dem Spiel Oh, fuck, der Panzer Oh, und von oben Nevermind Kimpel, Dankeschön für dein Tier 1 im fünften Monat Kuss Willkommen zurück Willkommen zurück Okay, wir bleiben mal hier Oh, oh, it's you Yes, it's me Junge, hab ich den weggemacht Mit meinem Movement Panzerwagen Smoke Ich höre die hier langlaufen Ich aim mal hier lang Ach, er jemine Nevermind Scheiße Ey, hey, Solution Dankeschön für deinen Primestop Kuss Oh, mein mate Help me Help me, please Help me, please Please, man Please, help me Why a cat, man? Why a cat? Stop being cat, man Come on Please Please Help me, man Come on, please Why are you a cat, man? Stop I am dying Please, man Please, man I'm dying Why Why? Come on, man I'm dying I have one second left Please, man Please Help me Please Warum ist er eine Katze? One Deathmouse Dankeschön für deinen Primestop Stipp in der Hölle, stipp in der Hölle, stipp in der Hölle Stipp in der Hölle Kingman Oh, ich hab den eingeholt und dann war ein blödes Sniper da hinten Ciao Zweiter Monat schon, Nettmaus Haha, Dankeschön Die Katze spielt er wirklich gut Ja, ja, muss man sagen So Ich möchte jetzt hier mal einen schönen Multikill ballern Komm, bitte Gönnen Multikill Jetzt werde ich hier von dem blöden Panzer abgeknallt Ah Entschuldigung Ich wollte dem Typen Ich, ja Was soll ich sagen Mein Nate hat sich abgeschärtet Oh, wo, hier Kann ich hier bei ihm spawnen? Nein, hier, bei ihm Der leuchtet doch grün Jetzt ist der wieder in einem Gefächtig Ach, wir haben verloren Wir haben unser Bestes gegeben, würde ich sagen Es hat aber einfach nicht gereicht Infantry Conquest, komm Abfahrt Eine kleine Runde können wir noch Chat, ihr dürft, ihr dürft, ihr dürft wieder Sachen schreiben Wie fandet ihr die Runde? Haut mal raus War ein bisschen kacke Irgendwie, ich muss sagen, die Map hat mir nicht so gefallen Ich mag es nicht, wenn es so komplett offen ist Ich mag so Städte und so sehr, sehr gerne Irgendwie Geiles Roleplay, Dankeschön Ich gebe mir immer Mühe Ah Was geht, Lara? Herzlich willkommen im Chat Abonniert sterzig Alarm Ja, habt ihr recht, habt ihr recht, sollt ihr machen Sollt ihr machen Welche Map können wir denn nehmen hier? Was ist denn hier? Ne Doch, hier Das Ne, die erste anscheinend ist beliebt Dann nehmen wir die Bin jetzt mal gespannt Wir haben noch eine Viertelstunde zusammen Freunde Kleine, süße Viertelstunde Die Map sieht schon wieder vielversprechend aus Da kann man bestimmt richtig gute Multikills machen Was ist denn das hier? Sturmsoldat Wir nehmen jetzt mal den Ausrüstung M4 M4 Mit Visier Tarnung Ja, let's go Unterlaufschiene haben wir eine neue Ja gut, so heftig möchte ich mich jetzt auch nicht einlesen Muss ich sagen In die 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 Ich finde das eigentlich ganz gut das Setup so Wir können mal gucken, was haben wir noch dabei Ne Ausrüstung Erste Hilfe Gerät A C4 Gerät B Pickaxe Werfbar Granate Finde ich gut Klingt geil So Können jetzt nur keine Leute wiederbeleben Aber das ist in Ordnung Let's go Boomba Boomba Ja, hat sich jetzt nicht so etabliert, tatsächlich. Wer hat denn hier gerade geballert? Okay, also ich bin jetzt Sturmsoldat. Ich habe jetzt auf 4... Brauche ich einen C4? Hier. Und wie werfe ich das? Rechtsklick? Nee, linksklick. Verstehe. Aber meine Tarnung gefällt mir. Schön, 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 schön. Alter, alles explodiert hier. Ich habe eine neue Tarnung bekommen. Oh, war das knapp. Das war richtig knapp. Danke fürs Emote. Was habe ich denn da gegessen nochmal? Joghurt oder so? Aber wir gehen gerade richtig hart auf D, Leute. D ist unsers. Schön einmal außen rum. Das sind meine Mates. Oh mein Gott, habt ihr den Flick gesehen? Habt ihr den Flick gesehen? Man, please. He's pushing you. Alter, meine Mates sterben alle um mich herum. Das ist nicht gut. Ich glaube, die sind gleich bei F. Komm, wir spawnen bei B. Da sind wir im Getümmel, at least. At least wir sind im Getümmel. Julian, Skiles, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Stream, mein Bril. Herzlich willkommen in this stream, my dude. Leute, pushen, pushen. Pushen. Die liegen sich alle auf dem Boden und schillen ihr Leben, Alter. Die müssen pushen. Scheiße. Hey, help me. Ja, guck, und weil niemand pusht, sind wir jetzt in dieser Situation. Aber da kommen die an, oder? Acht Meter? Ah, die sind im Haus, glaube ich. Ich glaube, da kommt niemand mehr, oder? Fünf Meter? Doch. Geil. Geil, da bin ich wieder. Zack. Moin. Oh, hoppala. Okay, ich habe leider keine Granaten mehr. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, nee, ich glaube, ich würde mich jetzt einfach mal neu spawnen lassen. Geh mal hier hinten hin. Ich muss irgendwie in das Haus reinkommen, glaube ich. Oh mein Gott, ja. Ich habe direkt vom Panzer kassiert, da hinten. Vom Panzer-MG. Er zieht mich in Sicherheit. Thank you, man. Ich renne, ich renne, ich renne. Ich habe es überlebt. Nee, da kommen wir nicht durch. Easy kill. Ansonsten hier ist alles hier. Ich lade nochmal nach. Von hinten, von hinten. Scheiße. Was geht? Kipnik. Moin. Oder Kip-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl-bl. Und Kerudo. Moin. Kerud. Flosa, wollte ich sagen. Ich bin scheiße im Lesen. Beziehungsweise lese ich immer viel zu schnell. Oder ich versuche mal so wenig Zeit mit Lesen zu verbringen. Verläs mich dann. Und dann nenne ich dich einfach. Und dann passt das auch. Warum sagt mir keiner, dass da drunten so viele Leute drin sind, Alter? Das ist ja frech. Das sind ja übel viele. Kann man da nicht irgendwie einfach mit einem Flammenwerfer einhalten oder so? Da oben im Fenster, oder? Aber die Map gefällt mir schon viel, viel besser. Oh mein Gott, der stirbt so hart. Ich bled out. Help me, please. Er bandagiert mich einfach im Eingang. Ist das dein Ernst? Ciao. Ich musste nachladen. Ich fasse es nicht. Never mind. Okay, können wir hier wieder... Was macht der denn hier? Der ist hier an einem random Container oder so. Die wurden getunnelt, ja. Da war der Eingang zum Tunnel. Alter, okay. Man ist so schnell down. Das ist so krank. Man ist halt übertrieben schnell down. Was ist denn mit ihm hier? Kann ich bitte bei ihm spawnen? Geil. Nee, er ist wieder im Gefecht. Nice. Hat funktioniert. Okay. Ich gehe hier ins Gebäude rein, glaube ich. Ganz tiefenentspannt. Ja, alles gut. Alles gut. Das ist unsere Claymore. Alles gut. Dägen ist auch alles queer. Im Fenster. Was? Das Ding ist bei so vielen kleinen Mini-Dreiecken, die sagen, dass irgendwelche Teammates in der Nähe sind, kann man überhaupt nicht so feststellen, ob einer halt dann nicht im Team ist. Weißt du? Der ist hier im Haus. Oben. Oh. Ja, er ist instant tot. Der ist direkt auf meine Granate raufgesteppt, der Vollidiot. Aber instant drauf. Komm, ich mach mal ihn hier. Ist ja tot, ne? Aber ich bin instant tot. Ja, das ist ja nur das Problem bei so einer großen Runde, ne? Alles ist voll mit Gegnern. Und er hier überlebt seit 10 Jahren. Aber der muss sich auch einmal nur hinlegen, wenn er angeschlossen wird. Ja, der ist jetzt tot. Ciao. Komm, Dach von Rüben. Alter, ich bekomme gar nichts mehr mit. Aber man levelt trotzdem einfach irgendwie weiter. Als ob der nicht in Gefahr ist. Sag mal. Komm, pushen jetzt. Ich hab irgendwie einen geholt. Ich habe keinen Plan wie. Aber ich hab irgendwen geholt. Wahrscheinlich ihn hier, oder? Ach, er stand links in der Ecke. Guck mal, da liegt er. Er ist tot. Ich werde managiert. Komplett vorgast. Okay, Lachladen. Hinter uns? Nee. Ja, dann lass doch jetzt weiter. Nice job. Achtung, Sniper. Sniper? Ja, Leute, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Abfahrt. Ist hier einer im Gebüsch? Nee. Durch jetzt hier. Rein. Ausschalten. Mord. Okay. Alles easy. Jetzt mach ich kurz den Heli weg. Nicht geklappt. Oh, mein Aim. Legger. Legger. Okay, das war blöd. Hilfe. Help, man. Please. Oh, mein Gott, Alter. Let's go. Verart sie mich, verart sie mich. Let's go. Dankeschön. Let's go. Let's go. Kann ich hier irgendwen... Alter, wir haben richtig die Häuser gecleared da drüben. Ja, dann können wir jetzt weiter, oder? Warum laufe ich hier oben lang? Das ist doch ein Todesurteil. Um ein Ziel von 20 Milliarden Leuten. Guck, diese ganzen kleinen Mini-Dreiecke. Ich könnte Ihnen nicht sagen, wenn einer... Wenn einer kein Dreieck über dem Kopf hätte. Das ist... Das ist absolut... Was ist jetzt passiert? Help, man. Please. Oh, scheiße. Damit hat's auch erwischt. Nevermind, ciao. Äh... Pass auf. Dann... Dann zäh jetzt hier. Dann zäh. Oh, shit. Oh, shit. Viel zu einfach. Schön. Wir können eigentlich hier chillen mal. Und kurz... Kurz chillen. Kurz. Was war das denn jetzt schon wieder? Suicide, sieh vor. Unten links in der Ecke. Der ist einfach mit einer Bombe reingerannt. Hat mich umgebracht. Und sich selbst. Ich kram das alles nicht. Alter, es sind da viele. Ich weiß wirklich nicht, wohin mit mir. Eigentlich kann man ja nur in einem Haus chillen. Hier in dieser fetten... In dieser dicken Runde. Okay. Ich ähm jetzt das Haus da hinten ab. Ich weiß doch nicht, wohin mit mir. Dann spawnen wir bei ihm. Vielleicht habe ich hier Glück. Gibt es hier ein Fenster? Kann ich hier irgendwie... Okay. Hier sieht es sicher aus. Relativ. Da ist eine Granate direkt vor mir eingeschlagen. Aber das ist auch ein Rommel. Das sieht hier aus. Hier. Den habe ich. Läuft. Oder? Oh, ich habe gerade noch die Granate gezückt. Yes, yes, indeed. Ich habe gerade noch die Granate gezückt. Ich wollte ihn richtig... hinter den Tresen einen reinhauen. Warte. Ich habe gerade noch die Granate gezogen. Digga, ich werde hier so niedergemacht, ne? Okay. Oh, hi. Das ist ja blöd. Granate? Ja, Digga, gar keine Chance. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon fast eine Stunde. So einfach! Gesundheit. Wir sind jetzt auch fast wieder eine Stunde drin. Ich glaube, ich würde dann einfach gleich hier die Lobby lieben. Und erst mal Ende für heute machen. Zumindest hier im Battle-Bit. Weil so viel Chaos. Das kann sich ja keinem Mensch geben. Moin. Ah, da sind noch mehr. Granate. Boah, Alter. Ich bin so scheiße. Aber die Granate war absolut geil. Ich habe ihn geholt. Komm, Iggy. Mach geht's, go. Ich bin zu scheiße. Ich bin einfach zu scheiße. Das war so, das war so kacke. Das war richtig beschissen. Okay, Freunde. Ich würde sagen, für Battle-Bit war es das erste Mal heute. Wir verlassen die Lobby. Falls ihr mehr davon sehen wollt. Ich habe auch mal mit Kalle drüber gesprochen. Der hat das auch mal gezockt. Der hat auch Bock. Falls ihr noch mal mehr sehen wollt oder so, sagt Bescheid. Schreibt in die Kommentare. Das erste Video kam sehr gut an. Deshalb auch das zweite hier heute. Absolut Chaos. So wie das halt in Multiplayer-Games ist. Gerade in der Größe. Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns. Und abonniert YouTube hier. So. Ich war gerade kurz. Ein kleiner Drache. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.